Buddha und seine Jünger beschlossen, auf eine Reise zu gehen, auf der sie verschiedene Gebiete und Städte durchqueren würden. Eines Tages, als die Sonne in ihrer ganzen Pracht schien, entdeckten sie einen See in der Ferne und hielten an, bedrängt vom Durst. Als Buddha ankam, wandte er sich an seinen jüngsten und ungeduldigsten Schüler. Ich habe Durst. Kannst du mir etwas Wasser aus dem See holen? Der Schüler ging zum See, aber als er ankam, bemerkte er, dass ein Ochsenwagen durch das Wasser fuhr und das Wasser langsam trüb wurde. Nach diesem Vorfall dachte sich der Schüler, ich kann dem Meister dieses trübe Wasser nicht zu trinken geben. Kehrte zurück und sagte, das Wasser ist sehr schlammig, ich glaube nicht, dass wir es trinken können. Nach einer Weile, einer halben Stunde etwa, bat Buddha, den Schüler erneut zum See zu gehen und ihm etwas Wasser zu trinken zu bringen. Der Jünger tat dies. Das Wasser jedoch war immer noch getrübt. Er kehrte zurück und informierte Buddha in schlüssigem Ton über die Situation. Das Wasser dieses Sees kann nicht getrunken werden. Ein Ochsenkahn ist hindurchgefahren und hat alles aufgewühlt. Wir gehen besser zum Dorf, damit seine Bewohner uns etwas zu trinken geben können. Buddha antwortete ihm nicht. Aber er machte auch keine Anstalten weiterzugehen. Er verweilte an Not und Stelle. Nach einer Weile bat er denselben Schüler, zum See zurückzukehren und ihm Wasser zu bringen. Da er seinen Meister nicht in Frage stellen wollte, ging dieser zurück zum See. Er spürte jedoch schon Wut in sich aufsteigen, da er nicht verstand, warum er zurückkehren musste, wenn das Wasser doch schmutzig war und sowieso nicht getrunken werden konnte. Als er ankam, stellte er zu seinem Erstaunen fest, dass das Wasser nun frisch, ja, kristallklar aussah. Also nahm er etwas von dem Wasser und brachte es seinem Meister. Der sah auf das Wasser und sagte zu seinem Schüler, Was hast du getan, um das Wasser zu reinigen? Der Schüler verstand die Frage nicht. Er hatte nichts getan, das war offensichtlich. Dann sah Buddha ihn an und erklärte ihm, Du wartest und lässt es in Ruhe. Auf diese Weise setzt sich der Schlamm von selbst ab und du erhältst sauberes Wasser. So ist es auch mit Körper und Geist. Wenn sie gestört werden, musst du sie einfach sein lassen. Gib dem Ganzen etwas Zeit. Sei nicht ungeduldig, im Gegenteil. Übe dich in Geduld. Du musst dir keine Mühe geben, sie zu beruhigen. Das Gleichgewicht wird sich allein finden. Die Dinge werden ihren Lauf nehmen, wenn du dich nicht verrennst. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Burnout von der Leichtigkeit des Seins. In der vorletzten Folge hast du ja schon erfahren, dass es für dich sowas wie einen Overload geben kann. Nämlich, wenn einfach viel zu viel auf dich einprasselt. Und in den Folgen davor habe ich dir erklärt, dass ayurvedisch betrachtet alles nur Informationen sind. Und dass, wenn man diese Informationen gut sortiert, man Körper und Geist sehr viel Arbeit und Energieverlust ersparen kann. Beziehungsweise, dass du deinen geistigen und körperlichen Zustand mit den richtigen Informationen durchaus verbessern und stabilisieren kannst. Heute möchte ich damit anfangen, dir endlich zu erzählen, welche Informationen wie wirkt. Und ich möchte dich darin unterstützen, ein verdammt gutes Gespür zu entwickeln, wie Körper und dein Unterbewusstsein auf bestimmte Informationen reagieren, was sie damit machen und was jede einzelne Information, die dich täglich umgibt und die du aufnimmst, überhaupt auslöst in Körper und Unterbewusstsein. In der heutigen Folge fange ich mit etwas an, was für dich wahrscheinlich sehr gut und auch sehr einfach nachvollziehbar sein wird. Denn es gibt etwas, was uns den ganzen Tag umgibt, zumindest in der modernen Zeit, und was Körper und Unterbewusstsein echt beschäftigt. Grundsätzlich ist es ja so, Körper und Unterbewusstsein haben keine Wahl. Alles, was reinkommt, muss aufgenommen und muss auch verarbeitet werden. Hier ein kleines Beispiel. Milch ist ein Lebensmittel, was überwiegend Erdeigenschaften besitzt und dementsprechend dem Körper und auch dem Unterbewusstsein sagt, wenn du es trinkst, dass sie mehr Energie in Knochenaufbau, Fetteinlagerung und Schleimbildung in den Schleimhäuten investieren sollen. Selbst wenn du übergewichtig bist oder deine Knochen schon so richtig, richtig ausgiebig versorgt sind oder du vielleicht schnupfen hast und deswegen schon total verschleimt bist, kann dein Körper und auch dein Unterbewusstsein nicht wählen. Er muss das tun, was die Info ihm sagt. Und in dem Fall wäre das eben, trotzdem mehr Fett einzulagern und trotzdem mehr Schleim zu produzieren und eben noch mehr in den Knochenaufbau zu stecken. Und so kommt es, dass diese Information eine gute Information wäre, wenn du gerade zu wenig Gewicht hast oder ähnliches und dass diese Information aber auch total die falsche Information sein kann, falls du gerade abnehmen willst, zum Beispiel oder eben sowieso schon total verrotzt bist. Im Ayurveda bewerten wir also Dinge nicht nach gut oder schlecht oder zumindest sehr selten, sondern überwiegend danach, was löst es aus, was löst diese Information, wenn ich sie in mich reintue sozusagen und brauche ich das im Moment oder fordert diese Information meinen Körper und mein Unterbewusstsein eventuell dazu auf, Prozesse in Gang zu setzen, die ich eigentlich gerade gar nicht haben will, weil dieser Bereich gerade schon abgedeckt ist und zu viel davon gar nicht so gut wäre für mich. Auf einzelne Nahrungsmittel und konkrete Umwelteinflüsse komme ich noch mal in einer anderen Folge zu sprechen. Heute mache ich es uns erst mal ganz leicht. Denn heute geht es um einen Einfluss, der in vielen Formen im Alltag vorkommt, aber eigentlich immer das Gleiche auslöst in Körper und Geist, Nämlich Irritation und hohen Energieverlust. Wichtig ist mir an dieser Stelle noch mal zu betonen, dass es in meinem Podcast nie darum geht, dich zu belehren, Dinge zu bewerten oder schlecht zu machen. Das hast du wahrscheinlich schon gemerkt. Und auch heute ist das natürlich nicht der Fall. Alles, worum es mir heute geht, ist, ein bisschen Mitgefühl und Verständnis zu wecken in dir für das, was dein Körper und dein Unterbewusstsein jeden Tag so verarbeiten müssen und dir die Möglichkeit zu geben, eine Sortierung vorzunehmen. Wenn du glaubst, dass das nötig ist und natürlich auch nur, wenn du Lust dazu hast und das möchtest. Denn heute geht es um Chemie und um künstliche Einflüsse. Warum ist das so wichtig? Dein Körper kann alles, was die Natur so aus sich selbst daraus erschafft, einfach zuordnen und verarbeiten. Wenn ich auf dieses Beispiel aus der Folge, in der ich über den Sparkassenautomaten gesprochen habe und darüber, wie das mit Informationen so funktioniert, zurückgreife, dann könnte man also sagen, alles, was die Natur erschafft, ist für den Körper sehr einfach lesbar. Es ist wie eine richtige Pin, die beim ersten Mal korrekt eingegeben wird und er kann einfach damit arbeiten, ohne Widerstände, ohne sich zu wundern und ohne sich gereizt zu fühlen davon. Bei künstlichen Einflüssen und Chemikalien ist es anders. Denn das ist was, worauf der Körper nicht programmiert ist und auch nicht das Unterbewusstsein. Sie nehmen sie zwar auf, das müssen sie, sie müssen alles aufnehmen, was du ihnen zuführst, aber sie wundern sich, denn sie kennen diese Einflüsse nicht, sie verstehen die Funktion von ihnen nicht, sie verstehen also diese Funktion von dieser Information nicht. und da sie es ja aber trotzdem verarbeiten müssen, sind sie einfach ewig damit beschäftigt, herauszufinden, was genau sie jetzt eigentlich damit machen sollen, was quasi die Botschaft darin ist. Und sie machen das genauso wie du, wenn du irgendwas in die Hand bekommst, wo du nicht weißt, was es ist und was du damit machen sollst. Sie drehen und wenden es hin und her, sie begutachten die Information sehr, sehr, sehr lange und werden schlussendlich einfach irgendwas damit machen, nur um damit fertig zu werden. Dieses lange Begutachten von Stoffen und Reizen, die nicht natürlich sind und die dementsprechend das Unterbewusstsein und deinen Körper irritieren, kostet dich, kostet Körper und Geist also sehr, sehr viel Zeit und wirklich, wirklich viel Energie. Denn bei manchen Sachen ist es so befremdlich, dass sie sie eigentlich gar nicht haben wollen und dann müssen sie eben das Ganze verarbeiten, aber eben gegen super viel Widerstand. das ist wie mit dem Milchglas. Je nachdem, was Körper und Unterbewusstsein glauben, was du mit dieser Information, die du in sie reingetan hast, jetzt eigentlich von ihnen willst, was du meinen könntest, werden sie Prozesse in Gang setzen, die du vielleicht gar nicht haben willst. Dann entstehen zum Beispiel Ausschläge oder Verdauungsstörungen oder Schlafstörungen oder, ja, wie gesagt, sie machen einfach irgendwas. Hauptsache, es ist verarbeitet und aufgeräumt. Und da Chemikalien so ein fester Bestandteil geworden sind in allen Bereichen unseres modernen Lebens, habe ich mich entschieden, dir ein paar Beispiele zu nennen, um dir das Ausmaß dieser Menge an nicht verwertbaren oder schwierig verwertbaren Informationen für Körper und Geist greifbarer oder begreiflich zu machen. Dein größtes Wahrnehmungsorgan ist deine Haut. Und befremdliche chemische Informationen, die deine Haut eigentlich nicht so richtig versteht, sind zum Beispiel folgende. Duschgel, Bodylotion, Parfüm, Rasierschaum, Enthaarungscremes, Schaumbäder, Make-up, Shampoos, Deos, Cremes, Waschmittel, Farbstoffe in der Kleidung und vieles mehr. Und nochmal, es geht mir heute nicht darum, dass du immer mit Ausschlägen oder Krankheiten reagieren musst. Es geht nur darum, ein Bewusstsein zu schaffen, mit wie vielen unklaren Informationen dein Körper täglich umgehen muss. Dasselbe gilt natürlich auch für dein Riech und deine Atmungsorgane. Täglich sind sie konfrontiert mit Abgasen, Feinstaub, Raumsprays und Düften, Rauch, Parfüm, auch wieder Deosprays, Reinigungsmittel und vieles mehr. Nahrung und Getränke sind durchsetzt mit Farbstoffen, Geschmacksverstärkern, Konservierungsstoffen. Es gibt viele Menschen, die Nahrungsergänzungsmittel nehmen, die chemisch hergestellt sind und auch wenn sie uns manchmal helfen, auch Medikamente gehören zu Einflüssen und Informationen, mit denen Körper und Geist nicht so richtig gut umgehen können. Deswegen haben chemische Medikamente häufig auch Nebenwirkungen. Sie haben eine Information, es soll irgendein Prozess angestoßen oder gebremst werden im Körper. Oftmals funktioniert das auch, aber diese Nebenwirkungen sind eben häufig ein Zeichen dafür, dass der Körper konfusiert ist mit dem, was er da bekommen hat und dass es eben nicht einwandfrei einfach so wegstecken kann, wie zum Beispiel, wenn du eine Karotte isst oder so. Künstliche Einflüsse kriegen wir auch jeden Tag auf die Ohren. In Form von Straßenlärm, in Form von Werbung, in Form von Baulärm und so weiter und so fort. Beim Hören gibt es noch eine Besonderheit, denn wenn du irgendwas berührst, was unangenehm ist, dann kannst du einfach deine Hand wegnehmen zum Beispiel. Wenn du irgendwas siehst, was dich stresst, dann machst du die Augen zu, guckst weg, drehst deinen Kopf einfach weg. Beim Hören ist hier nochmal eine größere Schwierigkeit, denn unsere Ohren können wir nicht bewusst einfach zumachen. Und dadurch, dass es allgemein sehr viele Geräusche gibt in unserem modernen Lebensalltag, ist es auch häufig so, dass ganz viele Informationen, die wir über das Gehör aufnehmen, die wir eigentlich unangenehm finden, dass wir die gar nicht unbedingt registrieren. Weil Hören was ist, was bei uns ganz schnell einfach direkt ins Unterbewusstsein sickert, ohne dass wir da überhaupt vorher drüber nachgedacht haben. Und ansonsten gibt es natürlich auch Dinge, die wir angucken, die unser Unterbewusstsein und unseren Körper stressen, weil sie in der Natur so nie vorkommen würden. Dazu zählt zum Beispiel das Fernsehen, wo sich Licht und Bilder viel, viel, viel zu schnell bewegen. Viel schneller, als das natürlicherweise der Fall wäre, wenn wir im Busch unterwegs wären und Blumen pflücken würden. Ein weiterer Stressfaktor oder zumindest ein Faktor, den Körper und der Körper und Geist zutiefst irritiert, ist künstliches Licht. Nicht nur, weil uns so ein bisschen der Bezug zum natürlichen Rhythmus der Sonne verloren geht, weil wir können ja auch nachts immer Licht anmachen und arbeiten und lesen und ja, was auch immer die Menschen nachts so machen, sondern künstliches Licht ist auch ein Licht, was der Körper ganz klar von Sonnenlicht unterscheiden kann und dann ist da eine Strahlungsquelle, die er nicht so richtig identifizieren und die er sich nicht erklären kann und naja, es stresst ihn halt ein bisschen. Arbeiten am PC und natürlich die Handynutzung, wie wir sie heutzutage haben, super, super anstrengend und ziemlich schwer einzuordnen für Körper und Geist. Außerdem bemerkenswert ist die Reizüberflutung, die viele Menschen beim Einkaufen gehen erleben. Es ist erstaunlich, weil ich oft mit Menschen gearbeitet habe, die mir alle das Gleiche sagen, nämlich, dass wenn sie, gerade wenn sie so in große Supermärkte gehen, wie zum Beispiel Kaufland oder Real oder so, dass sie sich total gestresst fühlen und dass sie das hassen wie die Pest und dass sie eigentlich immer versuchen, ihre Einkäufe so zu optimieren, dass sie so selten wie möglich dahin gehen müssen. Der Grund dafür ist ganz einfach. Diese riesigen Supermärkte sind komplett mit künstlichem Licht ausgeleuchtet. Sie sind voll mit bunten Verpackungen, die der Geist auch so schnell gar nicht sortieren kann, wenn man da durchläuft. Dazu kommen noch bunte, riesengroße Schilder mit Hinweisen auf Rabatte, auf Produkte und so weiter und so fort. Und im Hintergrund läuft ganz oft Musik, die wir uns natürlich nicht selber ausgesucht haben und die unser Unterbewusstsein aus diesem Grund auch nicht immer so entspannend findet. Und natürlich Werbung und Durchsagen und so weiter. Ganz abgesehen von den Restgeräuschen, die es noch so gibt, klappernde Einkaufswagen oder wenn du halt zum Freitagabend einkaufen gehst, super viele andere Menschen, die auch alle gestresst sind und sich unwohl fühlen. Unnatürliche beziehungsweise chemische Einflüsse sind grundsätzlich dem Feuerelement zuzuordnen und fordern deinen Körper auf, eine Art Kampf oder Verteidigungshaltung einzunehmen. Denn selbst wenn er einen Teil davon verarbeiten kann, wie zum Beispiel bei den Medikamenten, wird er auch immer Abfallstoffe, also Teile dieser Information, die ihn eben stören und irritieren, versuchen loszuwerden. Und weil er eben nicht weiß, was das überhaupt ist und was er damit machen soll, kostet auch dieses Loswerden wieder sehr, sehr viel Energie. Denn er muss probieren, er muss versuchen, wie werde ich das los, kriege ich das über die Haut los, kann ich es über den Urin ausscheiden, kann ich es überhaupt wieder ausscheiden und so weiter und so fort. Da mir bewusst ist, dass wir in der Zeit leben, in der man nicht auf alles, was ich gerade aufgezählt habe, verzichten kann, ist meine Empfehlung für dich, einmal deine chemischen und unnatürlichen Einflüsse zu überschauen, die du jeden Tag so in deinem Leben hast und zu sortieren, ob es nicht einiges gibt, was du zukünftig reduzieren kannst, weil du es vielleicht gar nicht unbedingt jeden Tag benutzen musst. Ich persönlich habe zum Beispiel angefangen, Badezusätze mit Meersalz zu ersetzen. Da ich ja förmlich in meiner Badewanne wohne, wenn du diesen Podcast eine Weile hörst, ist dir das vielleicht schon mal aufgefallen. Also da ich sehr viel bade, war das eine Sache, die sich absolut gelohnt hat. Meersalz ist zum Beispiel etwas, wenn man darin badet, was halt der Haut einfach super, super gut tut und so Irritationen auch vorbeugt und so weiter und was auch entspannt. Also ich habe nicht nur die schönen, duftenden chemischen Schaumbäder hergegeben und gegen irgendwas Langweiliges eingetauscht, sondern eigentlich hat dieser Tausch dazu geführt, dass es meinem Körper nicht nur besser geht, weil er mehr Ruhe hat und diese Chemikalie nicht mehr einordnen und verarbeiten muss, sondern eigentlich hat er sogar noch ein Goodie obendrauf bekommen, weil er jetzt immer ganz beruhigt ist, wenn ich aus der Wanne steige. Body Lotion habe ich zum Beispiel mit natürlichen Ölen ersetzt und benutze sie nur noch, also die Body Lotion, wenn ich irgendwo hingehe, wo ich mich besonders schön oder besonders frisch fühlen will, weil natürlich Body Lotion im Gegensatz zu natürlichen Ölen ja einfach super gut duftet. Und ja, auf alles für immer will auch ich nicht verzichten. Genauso wie mit der Body Lotion verhält es sich auch mit diversen Kosmetika. Also natürlich gibt es immer noch jeden Tag so Kleinigkeiten, die ich benutze, einfach um mich als Mensch zu verkleiden und damit niemand erschrickt, wenn ich auf die Straße gehe. Aber so dieses ganz umfangreiche Schminken und vor allem das Benutzen von viel und schwerem Make-up, das bleibt jetzt nur noch den Tagen vorbehalten, an denen ich zu gesellschaftlichen Anlässen eingeladen bin oder wenn ich mich einfach mal super, super schön fühlen will. Außerdem bin ich dazu übergegangen, so viel wie möglich frisch und chemiefrei zu essen. Raumsprays haben in meinen vier Wänden überhaupt nichts mehr verloren und an Tagen, wo ich merke, dass mein Nervensystem sowieso schon gestresst ist, blende ich einfach den Straßenlärm durch Entspannungsmusik in meinen Kopfhörern aus. Mein Handy liegt neuerdings nach Feierabend in der Küche, weil ich mich dabei erwischt habe, dass wenn ich zum Beispiel einen Film gucke abends oder so und das Telefon liegt neben mir, ich immer wieder versucht bin, einfach so routinemäßig das in die Hand zu nehmen und drauf zu gucken, obwohl das eigentlich gar nicht unbedingt nötig ist, weil ja, die meisten anderen auch gerade zu Hause sind und chillen und gar nicht so viele Nachrichten darauf landen, beziehungsweise E-Mails oder Anfragen oder so ja eh außerhalb der Arbeitszeit liegen und bis zum nächsten Tag warten können. Ja, und ich müsste theoretisch jedes Mal aufstehen und rüber gehen, wenn ich mal eben so kurz aus Gewohnheit aufs Telefon gucken will. Und ja, ich habe festgestellt, dass mir das unheimlich viel Zeit spart und dass ich viel, viel ruhiger bin im Feierabend, weil ich einfach viel, viel besser abschalten kann. Also offenbar assoziiert mein Unterbewusstsein das Smartphone mit Arbeit und mit Stress und freut sich einfach, wenn das Smartphone ein paar Meter weiter und getrennt durch zwei Zimmertüren in der Küche liegt. Also, die Quintessenz der heutigen Folge ist, lass dir Zeit, Werd ein bisschen kreativ und vielleicht findest auch du die eine oder andere konfuse Information, die du Körper und Unterbewusstsein zukünftig ersparen kannst, damit sie mehr Arbeitsspeicher und Energie zur Verfügung haben. Denn das ist es am Ende, worum es geht. Du weißt es schon aus unzähligen vorhergehenden Folgen, du hast nur 100% Energie zur Verfügung, die du dir teilst mit deinem Unterbewusstsein und deinem Körper. Und ja, das ist ein bisschen wie bei deinem Computer. Wenn du das schon mal erlebt hast, wenn der Speicher voll ist oder wenn du zu viele Programme gleichzeitig laufen hast, dann wird er einfach langsamer, weil der Arbeitsspeicher nicht ausreicht. Das ist am Ende das, was passiert, wenn wir uns zu vielen künstlichen Einflüssen und zu vielen Chemikalien aussetzen, dass Körper und Geist nur noch mit sich Wundern und Sortierungsversuchen und dem Einnehmen der Abwehrhaltung beschäftigt sind und dementsprechend weniger Energie zur Verfügung haben, um zum Beispiel Nährstoffe ordentlich zu verdauen und an ihren Platz zu befördern oder eben, wenn wir über das Unterbewusstsein sprechen, auch sich abzuspannen, loszulassen und stiller zu genießen. Also, versuch deinen Arbeitsspeicher am Laufen zu halten und nicht ins Stoppen zu kommen, denn so können Körper und Unterbewusstsein auch mal aufatmen und das werden sie dir wirklich, wirklich danken. Und du kannst für heute auch schon aufatmen, denn wir sind schon wieder fast am Ende dieser Folge und hier kommt für dich das Mantra der Woche. Weniger ist mehr. Als ich das erste Mal in Indien war, war ich mit einem viel zu kleinen Rucksack unterwegs. In den hat wirklich nur das Nötigste reingepasst. Ich konnte kein Deo mitnehmen, natürlich auch keine Bodylotion oder Duftsprays oder ähnliches. Und in Indien selber gab es auch nur sehr, sehr einfaches und überwiegend natürliches Essen, was ja, ich auf Märkten gekauft habe, wo eben die Dorfbewohner ihr selbst angebautes Gemüse und Obst verkauft haben. Und auch getränkemäßig war jetzt nicht so viel los. Ich habe super viel und eigentlich fast ausschließlich Wasser getrunken, stilles Wasser. Und das dann aufgrund der Hitze auch ziemlich schnell und ziemlich viel wieder ausgeschwitzt. Nach ungefähr zwei Monaten habe ich überrascht festgestellt, dass meine typischen Alltagswewehen, also jetzt nichts, was irgendwie wirklich, dass ich krank gewesen wäre oder so, aber ich hatte eben auch öfter mal Hautirritationen oder Hautunreinheiten oder Blähungen oder für viele Frauen auch ein Riesenthema, PMS und Regelbeschwerden und sowas. Und ja, es war plötzlich alles weg. Und ich habe am Anfang, ich bin ja zweimal in Indien gewesen und anfangs habe ich gedacht, das lag einfach daran, dass ich so viel Wasser getrunken habe und dass ich so super entspannt war in Indien. Aber als ich zurückkam und zwar beide Male und dann wieder angefangen habe, ja, meine Sachen mit Waschmittel und Weichspüler zu waschen und mir auch mal wieder eine Tiefkühlpizza reinzuziehen oder mich mit Bodylotion einzucremen und so weiter, habe ich super krasse Reaktionen bekommen. Also die ersten zwei oder drei Wochen habe ich Ausschläge bekommen vom Waschmittel, von der Bodylotion und Blähungen und Magenschmerzen und so weiter und so fort, weil ich, klar, weil ich halt in Indien auf diese ganzen Sachen verzichtet hatte und mir dessen nicht bewusst gewesen bin, dass das eben so einen großen Effekt hat in der Summe, also nicht einzeln, aber eben dadurch, dass es so vieles gibt, was mit Chemikalien versetzt ist im Alltag, die Summe macht es also. Und dieses Bewusstsein habe ich nicht gehabt. Und das kam dann eben, ja, weil es einfach so super offensichtlich war, dass in dem Moment, wo ich mit diesen ganzen Dingen wieder in Kontakt gekommen bin, diese vielfältigen Irritationen ausgelöst wurden. Du siehst also, gut durchdachte und bewusst gewählte Informationen, die du deinem Körper zufügst, sind alles. Und deswegen wünsche ich dir jetzt viel Erfolg beim Sortieren und viele kreative Einfälle, was du womit ersetzen kannst und hoffentlich auch ein bisschen Spaß dabei. Pass auf dich auf. Bis übernächste Woche. Deine Susi vorbei. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020